Wie du gerade gehört hast, bilden Shopping Points Plus die Basis für deine Karriere. Je mehr Punkte du sammelst, desto höher wird dein monatliches Einkommen. Und wir möchten dir helfen, so viele Punkte wie möglich zu generieren. Daher haben wir eine einzigartige Plattform geschaffen, auf der du ausgewählte Angebote findest, mit denen du die Anzahl an von dir gesammelten Shopping Points Plus maximieren kannst. Erfahre mehr über den My World Benefit Store. Was wäre, wenn du mehr Shopping Points Plus bei deinen täglichen Einkäufen, beim Online-Shopping, beim Essen in einem nahegelegenen Restaurant oder sogar bei der Buchung deines nächsten Urlaubs erhalten könntest? Der My World Benefit Store macht dies möglich. Wie du im Benefit Store einkaufen kannst? Mit dem Benefit Voucher, den du monatlich wiederkehrend oder einmalig bestellen kannst. Bei einer monatlich wiederkehrenden Bestellung erhältst du beispielsweise jeden Monat einen Benefit Voucher in Höhe von 99 Euro und 100 Shopping Points Plus für deine Karriere. Deinen aktuellen Benefit Voucher-Saldo findest du in deinem Profil. Nun zum Einkaufen im Benefit Store. Nehmen wir an, du möchtest einen Wochenendausflug im Wert von 499 Euro für dich und deinen Partner buchen. Wenn du diese Reise über Travelworld.com buchst, erhältst du dafür Cashback und 10 Shopping Points Plus. Wenn du jedoch die gleiche Reise über den Benefit Store buchst, kannst du deinen Benefit Voucher in Höhe von 99 Euro nutzen, für den du bereits beim Kauf 100 Shopping Points Plus erhalten hast und die restlichen 400 Euro mit Kreditkarte bezahlen. Was macht den Benefit Store und den Benefit Voucher also so attraktiv? In unserem ersten Beispiel hast du 499 Euro für deine Reise bezahlt und 10 Shopping Points Plus erhalten. Bei der Buchung über den Benefit Store hast du den gleichen Preis bezahlt und 100 Shopping Points Plus erhalten. Gleiches Produkt, gleicher Preis, mehr Shopping Points Plus. Also bestelle jetzt deinen Benefit Voucher.